Nein, ich werde angegriffen und zwar von ziemlich viel. Meinst du da, wo der Wasserfall runterläuft? Ja. Und dann der Wasserfall hoch oder was? Ja. Okay. Ah, jetzt. War jetzt knapp. Ich muss das mal safe. Ich hab hier ein bisschen zu wenig, zu wenig Life. Ach, da unten bist du. Hier rein, Kalle. Hier wieder so ein Assi mit seiner scheiß Flipperung. Warte mal, warte mal hier, Achtung. Ich wollte es noch sagen. Geh mal weg, Kalle. Ich wollte es gerade sagen. Ich komme wieder. Der Cruiser. Ja, was fehlt? Und diese Typen, die hier rumspringen in die Säcke. Alter. Dieser fucking Creeper, ich war schon gar nicht mehr da. Ich fand, ein Leck oder so. Keine Ahnung. Leon's Haus ist eine Ecke weg. Ja, ja. Leon hat ja gerade irgendwie am meisten zu leiden. Naja, sonst passt es. Ich bin ja sonst nicht. Hast du meine Sachen eingesammelt? Äh, möglich. Gut. Du wirst verfolgt, ne? Von so einem Typen. Ach nee, für Redstone brauchst du ja wieder die andere scheiß Picke. Ach, ähm. Leon, ist da Kissen drinne? Ja. Weil ich Gold brauche. Ich kann jetzt zwei Gold geben. Ich habe zwei Gold schon eingesammelt. Das wäre nett, weil ich brauche nämlich acht Stück. Oh, okay. Hier ist niederrüstung. Hier, pass auf. Manu, weiter hier. Ja. Danke. Warte, ich komme auch gerade wieder, ne? Der Schalter bringt gar nichts. Was? Schalter? Gib mal Kalle seine Lederrüste zurück. Das war Kalle? Ja, das war nicht meine. Ja, das war meine. Hier, Kalle, warte, ich habe was für dich. Hier eine Schaufel bei. Danke. Danke. Wo sind meine Lederhose? Die will ich aber auch gerne haben. Die hat Manu. Und meine anderen Steinschwerter. Das habe ich nicht. Ich bin Manu mit der Lederhose, Mensch. Warte, hier hast du. Wir haben doch noch gar keinen Darkroom hier. Danke. Mal sagen, wir gehen erst mal oben rum. Ja. Ja, da liegt Lederrüstig. Blubb. Ja, Leo. Kann er, du bist mal deiner. Ja, gut. Danke. Cool, ich habe ein Gra... Autsch. Ich habe ein Goldschwert. Ja, ich habe meine zwei eigenen Grabsteine vor der Züli. Ich habe eine Uhr. Eine Schaufel, das ist gut. Hallo, willst du mal was sehen? Du hast einen Rucksack. Ja. Und das hier. Guck mal, mein Sohn. Komm mal her jetzt. Komm mal her jetzt. Hier kommt einer. Auf ihn. Entschuldigung, das war ich. Da oben sitzen Händler, wenn ich gehe. Und echt. Ja, es ist mir los. Ich habe es bloß gerade gesehen. Er hat zwar gerade runtergeguckt. Da waren die ja gedroppt. Nee, das waren... Ja, doch. Ich habe die Eulen. Lungenplatten hier von Leon, sein Haus, Ener in der Tasche. Mann, du bist doch doof. Jetzt komme ich hier nicht weg. Ich bin doch schon da. Er hat nichts gedroppt, Kalle. Wollen wir noch eins weiter hoch, Kalle? Warte, warte, warte. Ja, ich laufe gerade rum. Hinter dir. Hier geht es wieder rein. Hier geht es wieder rein. Kommt hoch, kommt hoch, kommt hoch. Wo bist du? Alter, geil. Ich habe so einen Vertauberungsraum gefunden. Der Enderman steht immer noch da oben rum. Und der Enderman macht nichts. Hallo, wo bist du denn? Lass ihn bloß gerade gucken. Hier. Oh, essen, essen, ganz viel essen. Gleich mitnehmen. Und in die Öfen gucken. Ja, ich habe in die Öfen schon geguckt. Ja, weil das hat Steffi letztens gesagt. Das wusste ich gar nicht, dass da auch was drin sein kann. Ich leere und erst mal den Fußpunnen, seine Druckplatten wieder. Also ich habe jetzt aus den Öfen eineinhalb Stacks Kohle rausbekommen. Geil. Wo ist Manu? Manu sollte mal mitkommen. Bin ich doch. Echt? Ich habe die Pate gar nicht gesehen. Oh, Kalle ist first. Oh, das ist der Enderman. 500 life, Alter. 500 life. Einfach in die Ecke downhauen. Wobei ich hier bin. Ich nehme mich an oben. Der hat Double, der hat Double, der hat Double. Der teleportiert sich. Volle Attacke. Oh, Entschuldigung, Kalle. Ja, ja. Ah. Unsichtbar. Bei Herzen. I must go. Deco. Nein. Was für ein Ding ist. hinter dir live hast du noch gerade 1 halb warte ich muss kurz in sicherheit ich auch drei live auch jetzt kommt der typ hinterher kommt wieder rein hier kommt wieder rein hier sofort ich hätte 1 2 3 4 diatypen verfolgt ich bin ganz oben drauf na ich bin tot ich bin gleich wieder da ich komme schon wieder steht im chat nein ich muss ja mal nach hause gehen was snaken weil ich nur noch drei hunger habe ich würde mal sagen ihr kommt sowieso langsam mal nach hause weil wir haben noch 10 minuten in die zwei stunden um naja erstmal ja oder wollte noch weiter machen doch ein bisschen noch also macht spaß ich meine ich hab ich hab bis 22 uhr auf jeden fall zeit bis der walking dead kommt also ich hab ich habe jetzt war jetzt ganz oben auf dem berg da war so rotes x und da war eine kiste drinnen ja manu ja lauter hast du meine sachen gefunden ja ich habe ja alles irgendwie aufgesammelt okay cool cool ich komme jetzt wieder hoch da liegt noch alles ja okay ich komme da jetzt wieder hoch und wo bist du denn dann komme ich zu dir hoch bin ganz ganz oben auf den berg da wo der große baum steht wahrscheinlich ne ja weil sie da oben auch jemanden langlaufen da rennt gerade jemand hoch nur noch irgendwo ist der endposs der der unten drinnen war war der endposs ist er tot und wo keine ahnung hast du ihn besiegt keine ahnung ich bin doch gestorben ich glaube nicht also wahrscheinlich nicht in kalles sachen kannst du die aufsammeln leon ich hab mein inventar war eigentlich schon jemand mal dem schiff von denen der endposs nicht den stiefel kann ich mir auf jeden fall schon mal machen ja ja bekommen das war auch wo ich bin voll falsch gelaufen hier sind hier typ er war einfach mal so instant da runter da ist der boss hinter dir ist der boss da unten da unten ist Leon hier 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 Leon hier hier das dürfen wir ihn packen ne wo hast du das herbekommen wo ist er links 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 scheiße kalle kommt zu ja ihr seid da unten irgendwo ne da ist er da ist er warte ich will mal gucken nach meinen sachen ins wasser mit ihm oder runter hab ihn runter gehauen ja in die ecke hier bin ich gestorben ja hier liegen sogar noch ein paar sachen von mir aber mein gold das goldschwert ist da wieder aber das ist aber scheiße wenn wir den jetzt hier töten warum ja dass ich irgendwie hoch komm zu tot ne das ist aber nicht töten ne wieviel life hat er noch nicht mal so viel sag dir mal in die richtung hier hoch ich renne erstmal hier unten rum hier überall und gucke ob ich noch irgendwie Kissen finde oder so ne das sind die hochkommene das sind hochkommene das sind hochkommene das sind hochkommene das ist eh alles kommt mir der tot das sind hochkommene das ist hier ist ne Kiste bist du du ich ne achso und was hat er getroppt drei Eisen auch noch gar nicht tot ich hab ein Schild gefunden wo ist er ach hier lol was denn was hinter dir hier bin ich guck mal pass auf ich hab mich unsichtbar gemacht lol bekomm ich nein das hab ich gefunden hast du auch was für mich? brauchst du die Kisten da so runter? äh ich hab die Erde erhöht irgendwas lustiges für mich? wir haben ja zusammen drauf gekloppt Irons, Speer, Karotten und Essen ja das war's, wer war hier nicht hast du noch? gehen wir zurück oder? ja ja kommt mal zu mir ich hab coole Sachen ich hab Schild und so ich auch, ich hab ein Diamantschild ich auch ich will mir eigentlich erstmal Springstiefel machen ne ach die Erde hab ich wieder oben überall gelassen warte ich hab welche da boah alter hast du mich erschreckt ey erst mal meine Grabstellen abbauen hehehe boah ist das knacke duster hier echt oh man hier ist wirklich auch hier ist voll dunkel oh ne Witzkalle ich pack jetzt dein ganzes Zeug was ich hab lass ich jetzt hier mhm das Essen nimm mit das brauchen wir Schwert und so kannst von mir aus entlassen ich hab ein Iron Big Sword ein großes das macht so Blitze wenn du mit rechts klick dann macht's brrrr richtig geil wer von euch möchte denn dann Leon hast du auch noch ein bisschen Eisen äh minimal ja dann kannst du ich hab noch dann kann sich noch jemand von euch Schuhe craften äh ich hab noch genug das Handy ist das hier Sand oder was ist das hier ich hab ne Schaltplatte oh der hellere Stein der hier liegt das ist nein das ist Marble gehen wir zurück Leon das ist der helle der helle Kies äh der helle Stein äh der helle Stein aus dem ich das ausbauen komm hier Leon hier kannst du auch zurückgehen so ich hab da oben noch nen Typ gesehen naja oben ist einer ja ich seh euern Namen warte mal ja genau hast gesehen das? ja Kalle töte mich noch genau Eisen komm mit du hast nen Dia bekommen ja der Schwert ist überdimensioniert ja man vor allem guck mal pass mal auf guck mal was ich mache bleib mal da hinter mir stehen hast du gesehen? ja das machst du so das kann ich nur bei Menschen glaub ich zeigen ja ich will hier noch ein bisschen drum gucken weil irgendwie sind hier noch gute Sachen also hier hab ich grad ne Schallplatte rausgeholt also ich geh jetzt erstmal zurück ja ich komm auch ich äh Steffi bist du mittlerweile schon wieder zurück? ja ja ich farm hier Erde äh ne Mabel wollen wir schlafen? wegen Taten so bis mal raus kommst du mit? ähm jo sind n die Betten? na wir sind n wo was sind hin? die waren hier gestanden jetzt sind sie weg ja wo stand n Betten? ne hier bei uns im Lager-Haus sie sind weg achso, die stehen in meinem Haus ولا da steht denn hier noch eine Grab-Stelle bin ich so oft verrreckt? ja, schagt so da sind schon drei Grab-Stelle von mir kann ich das Ding aber wieder hinstellen das mein Name draufsteht? da mussten kannst n Namen draufschreiben ACH jedi haben dann mal ins Bett auf den Weg ich hab zwei Schallplatten was können wir mit denen anfangen? Ja, kannst du es mir geben, ich habe einen Schallplattenspieler. Jo, tauschen mit zwei Schallplatten, du bist ein Schwert. Du bist dein Schwert. Ja, ich kann dir ein Eisenschwert geben. Komm dir mal ins Bett. Sofort, sofort. Okay, ich gehe bitte. Piss dich, du dreckiges Skelett, ey. Will ich mit deinem Zeug? Aber wer liegt jetzt noch, ne? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Und genau, obwohl man es gar nicht will. Ich komme angejumpt. Besser. So, ab nach Hause. Besser. Vielen Dank.